Hey Leute, in diesem Video erfährst du einmal, wie du eigentlich so eine Ader-End-Hülse hier richtig gerippen kannst, dass dadurch auch eine optimale Verbindung entsteht. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ader-End-Hülsen werden verwendet, wenn du hier zum Beispiel ein Kabel hast, bei dem in der Mitte drinnen nicht nur ein dicker Kupferdraht ist, sondern wie du hier sehen kannst, mehrere kleine feindrähtige Kupferleiter. Das nennt man dann auch umgangssprachig Litzen. Ohne so eine Ader-End-Hülse hier kann es sein, dass deine Kupferdrähte hier um einiges leichter abbrechen, wenn du diese zum Beispiel hier in eine Klemme reingibst. Außerdem kann dadurch keine optimale Verbindung entstehen und wenn es wirklich ganz schlimm ist, kann es sogar zum Kurzschluss kommen. Auch noch kurzer Hinweis, wenn du dir irgendwo unsicher bist, unbedingt einen Elektriker bzw. Fachmann rufen. Bei Strom ist wirklich nicht zu spaßen. Doch genug geredet. Zuerst einmal müssen wir den Mantel von unserem Kabel bzw. von unserer Leitung hier außen einmal abmachen. Hierfür verwende ich einen speziellen Entmantler von Jokadi jetzt. Dieses Teil ist wirklich genial. Hierfür einfach mal links drehen, rechts drehen und dann kannst du das Ganze schon mit Schmackes runterziehen und hast somit auch nicht die Leiter hier verletzt. Wenn hier jetzt eine Stelle leicht eingeschnitten ist und das Kupfer sogar schon durchschaut, das Ganze mit einem Seitenschneider wieder abschneiden und erneut entmanteln. Anschließend die Adernhöse hier vorne mal messen. Bei mir sind das genau 8 mm, denn diese 8 mm muss ich jetzt auch hier vorne bei meinem Leiter abisolieren. Hierfür verwende ich eine spezielle Abisolierzahne, was ich auch wirklich nur jedem raten kann. Da kannst du hier oben auch einstellen, jetzt bei mir genau auf 8 mm. Dann setze ich das Ganze einfach einmal an und mein Leiter ist auch schon absolut isoliert. Auf keinen Fall mit einem Cuttermesser oder mit einem Seitenschneider probieren, das hier vorne irgendwie runter zu bekommen. Denn dadurch kannst du diese Kupferdrehte hier sehr schnell verletzen und somit auch abreißen. Dann musst du einmal hier deine richtige Aderenthülse raussuchen. Jede Aderenthülse ist für einen anderen Leiterquerschnitt am besten geeignet. Oftmals steht das Ganze auch schon auf der Verpackung hier drauf, was für ein Leiterquerschnitt verwendet wird. Sonst musst du dich einfach an den Farbcode hier halten. Denn dafür gibt es auch noch eine spezielle Tabelle, wodurch du den Leiterquerschnitt sofort ablesen kannst. In meinem Fall brauche ich einmal drei von diesen schwarzen Aderenthülsen hier. Jetzt wird meistens noch der Fehler gemacht, dass das Ganze hier vorne so zusammengedrillt wird. Das hätte jetzt einfach den Sinn, dass hier vorne natürlich die Spitze leichter in diese Aderenthülse reinpasst. Das Problem ist aber einfach, dass dadurch der Leiterquerschnitt hier verendet wird. Und wenn du die Aderenthülse danach drauf gibst, kann es sogar sein, beim Quetschen, beim Grimpen, dass hier dann einzelne Drähte abbrechen, was wir auf gar keinen Fall haben wollen. Deswegen die Aderenthülse nach dem Abisolieren einfach auf unseren Leiter drauf geben, was normalerweise relativ leicht geht. Und danach können wir das Ganze auch schon crimpen. Hierfür benötigst du so eine Krimpzange hier, welche am besten noch sich automatisch auf den entsprechenden Leiterquerschnitt einstellt. Heißt, ich gebe das Ganze jetzt einfach mal hier in meine Krimpzange rein, drücke das Ganze zusammen und somit haben wir das Ganze auch schon sauber gekrimpt. Nun kannst du diesen Leiter hier mit gutem Gewissen in so eine Klemme zum Beispiel reingeben, das Ganze festdrehen und du hast danach eine sichere Verbindung. Wenn du dir jetzt zum Beispiel so einen Entmantler hier, eine Krimpzange, eine Abisolierzange oder sogar ein Aderenthülse-Set zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür wirklich nur Amazon. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität zu einem relativ günstigen Preis von Markenherstellern und das Beste dabei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also diese Untersiedeln hier zulegen möchtest, einfach einmal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen. und hier unten in der Videobeschreibung auf die Videobeschreibung auf die Videobeschreibung auf die Videobeschreibung.